Hallöchen ihr Lieben, es ist in einer neuen Folge von Lisa the Joyful. Ich habe hier nochmal die Items geholt, denn mir ist dann danach aufgefallen, dass wir ja leider gestorben waren bei dem Kampf, ja ich weiß nicht wie ich die Gegend nennen soll, wo diese Typen uns überfallen haben, wenn wir in die Häuser reingegangen sind. Und vorher hatten wir eigentlich das hier geholt und ärgerlicherweise hatten wir kurz davor auch die andere Maske geholt, die wir jetzt nicht mehr haben. Das ist richtig blöd, scheinbar habe ich da vergessen zu speichern, aber gut. So ist das Leben, würde ich sagen, nicht wahr? Da müssen wir jetzt durch. Ihr hattet gemeint, hier wäre noch irgendwo eine Höhle. Wo ist hier denn was? Ich sehe die gar nicht. Ich suche die jetzt mal. Irgendwo muss sie ja wohl sein. Irgendwo links, glaube ich, hattet ihr gemeint. Ups, was mache ich denn jetzt? Das ist ja nicht so schlau. Vielleicht, oh Gott nein, da springe ich bestimmt nicht runter. Oder vielleicht von da oben dann runterspringen. Mal schauen. Ich bin allgemein ein wenig verwirrt gerade. Irgendwie müsste das hier ja auch noch irgendwas zu machen geben, ne? Aber eigentlich... Ah, da, jetzt sehe ich sie. Oh, ist das klein. Oh, ein grünen Helm gefunden. Juhu. Was geht denn hier ab? Ah. Oh, the beat never dies. Das ist aber auch das geilste Lied. Ich liebe dieses Lied. Okay, geil. Das hat sich tatsächlich sehr gelohnt. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. So, dann könnten wir ja mal diesen grünen Helm aufsetzen. Ach, geht das gar nicht? Was ist denn das? Oder ist das auch eine Maske? Huch, wo ist denn das? Da. Ah, der passt nicht auf unseren Kopf. Das ist von dem einen Superhelden aus dem ersten Teil. Wie geil. So, na gut. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Rückweg. Ja, das ist echt super ärgerlich und schade. Aber was sollen wir machen? Ich weiß nicht. Ich glaube... Ah, jetzt sind wir hier. Okay, wartet, dann gehe ich... Ne, wartet. Ich mache was ganz anderes. Wir nehmen jetzt erstmal... Wo war denn das? Sind... Äh... Hä? Ach, hat Rando die Truckkeys mitgenommen? Das ist ja gemein. Oder übersehe ich das gerade? Horsen? Ne, ist weg. Das ist ja eine Sauerei. Aber ich wollte unbedingt nochmal zurück, weil... Ich wollte auch probieren, dass wir uns nochmal was kaufen. Also wir brauchen irgendwie nochmal Heilmittel, weil Joy haben wir jetzt auch nicht mehr unendlich und wir müssen irgendwie gucken, wie wir das hinbekommen. Also würde ich sagen... Wartet mal. Erstmal speichere ich. Und dann geht es erstmal nach links. Hä? Was war eigentlich hier unten? Ach ja. Hier war nichts. Oder da kommt später noch was. Oder war da was gewesen? Ich kann mich nicht erinnern. Egal. Wir gehen jetzt erstmal nach links. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. So, gut. Jetzt sind wir erstmal hier. Dann kaufen wir erstmal nochmal was. Hi! Nein! Nein, nein, nein. Nein. Och nein. Was ist denn hier los? Oh. Wieso geschieht das? Wow. Wir sind scared. Alter. So war das überhaupt nicht gedacht. Nein! Nein! Was ist denn hier los? Wir wurden besiegt. Na super. Das ist ja ganz toll. Das lief ja richtig rund. Äh. Okay. Dann lade ich hier mal. Also. Ich gehe jetzt aber nochmal nach links. Vielleicht kriegen wir ja auch alles, was der dabei hatte dann. Der Verkäufer. Wenn wir den besiegen. Mann. Das ist aber auch wirklich eine gefährliche Welt. Oh. Ich wäre fast runtergerannt. Das war sowas von knapp. Wartet mal. So. Ich speichere mal einmal hier. Ich probiere jetzt mal, was passiert, wenn wir hier übernachten wollen. Oh Gott. Das geht bestimmt nicht gut. Aber es wäre echt gut. Damit wir mal voll geheilt sind. Ach. Verflixt. Überraschung. Sonnenschein. Och Mann. Was ist denn hier nur los? Was sind das für zwei, ey? Die sehen ja mal hipster aus. Oh. Ich liebe diese Musik. Aber sie ist gerade wirklich sehr laut. Ich muss das mal an meinem hier leiser machen. So. An meinem Ding. Ja. Ach. Ist schon vorbei. Bleed. Ach. Verflixt. Das ist schon wichtig, dass man trifft, ne? Oh. Ey. Dieses Spiel ist so schwer. Oh. Gott. Jetzt ist er sauer auch noch. Ja. Kein Problem. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja. Tötet mich. Das gibt es nicht. Ich bin echt tot. Schon wieder. Ui. 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 Okay. Ähm. So. Die Frage ist doch jetzt, passiert das immer oder ist das zufallsbedingt, ob die kommen? Ich probiere das nochmal aus. Es war ja damals auch zufallsbedingt, dass was geschieht. Was Schlimmes. Verdammt. Ja. Das passiert scheinbar immer. Ja. Da habe ich auch keine Chance gegen die. Ich guarde erstmal. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, das zwischendurch zu machen. Achso. Ich habe immer noch nicht genug. TP. Also ohne TP kann man es ja ganz vergessen. Ach. Verflixt. Oh nein. Ich bin wieder vergiftet. Och. Und ich bin paralysiert. Hm. Da habe ich ja voll die Chance noch. Oh Gott. Ich probiere mal. Aber ich kann doch nicht. Ich habe noch kaum Joel mehr. Oder Horse Jerky. Dann nehme ich erstmal Horse Jerky. Ja, aber ich weiß ja nicht mal, ob sich das lohnt hier, der ganze Kamm. Ach, nöö. Bitte nicht. Bitte nicht. Er blutet immer noch. Dann mache ich erstmal auf ihn jetzt. Oh. Ey, die haben so viel. Wie soll ich das denn schaffen? Ich kann doch gegen diese Winzlinge hier nicht das Joy verbrauchen. Okay, also wir können nicht schlafen. Halten wir das schon mal fest. Das bringt einfach nichts. Was wir dabei verbrauchen, das rentiert sich ja gar nicht. Okay, dann gucken wir woanders. Wo war denn das gewesen? Hier war doch irgendwo eine Bar. Ah, ich glaube, wir sind hier sogar richtig. Oder? Irgendwann kam rechts eine Bar, aber ich weiß nicht mehr. Ach nee, das ist da, wo wir so lange mit dem Auto fahren mussten. Dann ist das hier nicht. Wir haben noch ein paar Magazine. Immerhin 53. Damit können wir uns, glaube ich, einiges zum Heilen nochmal kaufen. Das ist doch schon mal was. Aber wo war das? Müssen wir mal suchen? Ich kann mich absolut nicht erinnern, wo das war. Oh Gott. Bestimmt laufe ich falsch. Das ist ja die Folge der Fails, ey. Aber was machen wir jetzt bloß? Gegen die haben wir keine Chance. Gegen den Verkäufer habe ich keine Chance. Wobei ich nicht weiß. Vielleicht würde das sogar noch gehen. Ich hatte einfach nur Pech, weil ich unvorbereitet hineingeglitten bin, sozusagen. Ey, wir sind doch völlig falsch, oder? Ganz ehrlich. Jetzt laufe ich hier voll 100.000 Meter weit. Wo sind wir hier überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Ich bring mich gleich um, weil der Weg zurück ist viel länger. Als wenn ich einfach... Oh, war hier noch was? Ne, schade. Ist leer. Ach, ich bring mich um. Das ist hier auf jeden Fall nicht. Das war woanders. Aber wo? Wo ist die Bar? Hier unten vielleicht? Oh, das könnte sein. Schauen wir mal. Ja, das sieht sehr gut aus. Diesen Ort meinte ich. Da ist sie. So. Ja, bitte gib mir was. Ähm. 200? Das ist ein bisschen wenig. 1000 reicht wahrscheinlich sogar für uns. Wir müssen ja ein bisschen sparsam damit umgehen. Ja, gut. Dreimal konnte ich es zumindest noch holen. Das ist ja immerhin ein Anfang, ne? Von irgendwas muss man sich ja ernähren. Puh. Ui. Äh. Wo geht es jetzt rein? Hier auf jeden Fall nicht, glaube ich. Äh. Was war nochmal links? Was war denn da gewesen? Ach, nur dieses Skribbel da. Stimmt. Okay, dann mal zurück. Upsi. Runtergefallen. Alles klar. Dann speichere ich hier jetzt nochmal. Wie geht es uns denn jetzt momentan? Nicht ganz so gut. Okay. Dann wartet. Ich will es noch einmal ausprobieren, diesen Verkäufer. Weil ich die Hoffnung habe, dass er seine ganzen Verkaufssachen noch bei sich trägt. Das wäre natürlich sehr geil. So, ich guarde mich erst mal. Okay. Ach, verflixt. Okay, er weint. Ich guarde nochmal. Ja, super. Er hat nicht getroffen. Und ich habe genug hierfür. Okay, das ist wichtig. Huch. Was war das denn? Okay, jetzt muss ich was nehmen. Domestic. Jerky. So, wir haben genug für das hier. Super, das hat nicht geklappt. Und ich habe auch nochmal das hier. Was war das jetzt? Uh, weird. Dann machen wir erst mal Guard. Er weint. Jetzt können wir das machen. Ah, es hat nicht gereicht. Haha, hat nicht geklappt. Aber jetzt müssen wir uns guarden. Ah, wir haben nur neun. Ich mache nochmal Guard. Was auch immer er getan hat, das hat nicht funktioniert. Super. Das ist sehr gut. Äh, nochmal Guard. Vielleicht sollten wir das echt mehr benutzen. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, Glück gehabt. Jetzt haben wir aber gerade hier, ne? Das klappt aber gerade super gut. So. Ja, okay. Sagte sie und da... Ah, okay. Was gibt es jetzt dafür? Ja, ein Level Up ist schon mal gut. Naja, immerhin drei Joy. Das ist schon nicht gerade wenig in dieser Welt. Okay. Ähm. Wie geht es uns denn gerade? Okay. Äh, ich traue mich echt, glaube ich, nicht gegen die beiden zu kämpfen. Die scheinen echt stark zu sein. Wobei das mit dem Garden ganz gut funktioniert hat. Ich rubiere es noch einmal. So. Weil, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da auch was Sinnvolles. Wenn nicht, wenn es gar nichts gibt und wir dadurch nur jede Menge verbraucht haben, kann ich ja auch neu laden. Hä? Oh. Also es ist doch zufallsbedingt. Okay. Okidoki. Das ist natürlich gut. Dann kann man es ja auch ein paar Mal probieren und einfach neu laden. Auch wenn das irgendwie Cheaten ist, finde ich. Hm. Naja. Ähm. So. Wir sind geheilt. Wir haben ein bisschen Heilsachen. Wir haben dreimal Joy bekommen. Das ist wirklich ganz gut. Und ansonsten, ja. Geht es jetzt weiter, würde ich sagen. Wo müssten wir denn jetzt wen erledigen? Ich glaube, wir müssten... Ich komme schon wieder total durcheinander, wo wir jetzt waren und wo wir noch nicht waren und wen wir erledigt haben. Ich gucke einfach hier nochmal. Wo kommen wir denn da raus? Ja, genau. Das ist gut. Wir gehen aber diesmal nicht in die Häuser rein. So, der ist erledigt. Das lohnt sich halt einfach nicht. Ähm. So. Und hier nach hinten. Hm. Was war das denn? Okay. Das kam überraschend. Wir haben gerade keine TP. Also guard ich erstmal. Sehr schön. Dann nehmen wir... Au. Mann, oh du Dovi. Das gibt es doch nicht. Der zieht ganz schön viel ab. Ah. Uah. Es sieht eng aus. Ähm. Ich glaube einmal kann ich noch. Du wirst niemals entkommen. Ähm. Oh. Acht Magazine. Okay. Er ist tot. Da gehe ich nicht lang. Da gehe ich lieber... Okay. Der sieht aus, als wäre das unser nächster Supergegner. So. Hi, hi, hi. Obwohl, vielleicht ist es auch nur ein normaler Gegner. Dann war das jetzt ein bisschen doof. Ähm. Oh, das ist unfassbar, was die abziehen hier. Ich weiß nicht, wie sich das Spiel das vorstellt, dass ich das schaffen soll. Oh. Ich komme nach Hause, Baby. Acht Magazine. Okay, also... Davon können wir uns zumindest halt noch ein neues Jerky kaufen. Hm, das hast du doch jetzt aber bestimmt. Ja, müssen wir auch. Wir haben schon wieder alles verbraucht, was ich eben gekauft habe. Oh, äh. Ja, doch. Gekauft habe. Huch, was war das denn eben? Na super, jetzt sind wir auch noch müde. Wunderbar. Wow. Jetzt fühlen wir uns aber mal gar nicht gut, ne? Ich guarde mal. Okay. Dice Mahone denkt nach. Das hat leider nicht geklappt. Wow. Das ist heftig. Oh, super. Ja, das läuft richtig gut. Yay. Yay. Ich nehme mal einen Joy. So. Okay, er denkt wieder nach. Wir werden abgeschleckt. Wir werden abgeschleckt. Ufa. Nein, 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 nein. Oh, nein. Okay, egal. Oh, wir haben nicht mehr. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber jetzt haben wir schon wieder zu wenig, um Special Attack zu machen. Also gehen wir mal kurz in Guard Position. Komm schon. Ja. Aber ob das wirklich ein Endboss war? Ich kann mich nicht mehr erinnern an die Namen. Hey, dreimal Joy. Geil. Doch. Ja. Oh, Gott sei Dank. Das ist einer von der Liste. Puh. Glück gehabt. Dann direkt mal speichern. Ha, 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 ha. Cindy Gallows und dann irgendein Bacon-Typ. Hm. Bacon. Tja, ich würde ja... Oh. Oh, das hat sie sich scheinbar nur vorgestellt. Das ist halt dir vielleicht doch wichtig. Kämpfe weiter. Ähm, ich gehe erst mal hier hin. Ich speichere kurz. Und dann probiere ich einfach nochmal zu schlafen. Und ich hoffe, es geht alles gut. Bitte, bitte. Lasst mich Glück haben. Wow, Glück gehabt. Huch. Habt ihr das eben gesehen? Nein, wir sind vergiftet. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, das geht ja nach einer Weile weg, oder? Oder? Ich mache mal lieber auf einen neuen Speicherplatz. Ich glaube, das zieht so langsam ab. Aber das müsste ja irgendwann weg sein dann. Hoffe ich jedenfalls. So. Ähm. Jetzt können wir da weiter. Und jetzt haben wir das eine erledigt. Jetzt fehlen noch zwei. Na. Das sage ich ja. Oh, das hat aber viel abgezogen. Das ist aber fies. Wartet mal. Jetzt, wo ich gerade dran denke, sollten wir uns vielleicht noch zweimal Horse Jerky kaufen. Wo war das jetzt? Hier? Ich glaube, oder? Hab schon wieder vergessen. Ja. Es ist hier. Das machen wir direkt einmal. Damit wir wieder ausgestattet sind. So. Äh. Ich nehme. Oh, es reicht sogar nur für einmal. Hm. Das ist ja scheiße. Naja. Was soll's. Bom, bom. Dann wieder zurück. Hauptsache eins haben wir. Einmal heilen ist mehr als nullmal heilen. Ne? Sag ich immer. Das habe ich schon meinen Kindern gesagt. So. Ähm. Ich könnte noch einmal probieren. Mal gucken, was noch geschehen kann. Also man kann vergiftet werden. Die beiden Typen können kommen. Es kann alles gut gehen. Na. Wir sind nochmal vergiftet. Uh. Wir sind übel vergiftet. Oh nein. Ich begehe Selbstmord. Oh mein Gott. Was für eine Welt. Nein. Ich wurde vergiftet. Blub. Ich schmeiß mich einfach mal den Abhang hinunter. Gut. Dann lass ich's halt. Dann versuchen wir nicht. Äh. Habe ich jetzt aber. Ja. Einmal Domestic Jerky. So. Hat sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt zu übernachten. Wenn man vergiftet ist. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn man badly vergiftet ist. Huch. War der vorher schon hier? Es ist glücklich. Okay. Ich glaub, der war vorher nicht hier, ne? Es hat sich schon wieder ein bisschen verändert. Durch die Dinge, die wir getan haben. Dadurch, dass einer gestorben ist. Was? Was steht da? Wieso schaust du dir andauernd die toten Menschen an? Weiß ich auch nicht. Tot. Nutze Joy. Aha. Okay. Ich bin ja schon dabei. Ich hatte schon keine andere Wahl mehr. So. Ach so. Das hatten wir schon. Ja. Da hab ich aus Versehen was Falsches gesagt. Da stand natürlich. Du solltest deinen Körper nicht als Werkzeug benutzen. Nicht. Du solltest deinen... Was hatte ich gesagt? Du solltest... Naja, jedenfalls hab ich was Falsches gesagt. So. Ich glaube, hier am Ende war nochmal ein Gegner. Auf jeden Fall haben wir jetzt einiges an Joy. Also... Das müsste eigentlich machbar sein. Beziehungsweise... Jetzt weiß ich nicht genau... Wo wir die andere Maske her hatten. Also welcher jetzt optional war. Aber ich glaube, das hier ist denn nicht Optionale. Oder was auch immer. Ich weiß nicht, was hier optional ist und was nicht. Ah, genau. Hier waren wir zuletzt. Okay. Das schauen wir uns doch mal an, wie stark der Gegner da ist. Ob das leicht ist oder eher schwer ist. Aber es sah doch schon ziemlich schwer aus. Was war ein böser Wolf oder ein Tiger? Wo war das denn? Ich seh hier nichts. Hier war das. Probieren wir das mal einmal aus. Da ist er. Wir sind direkt in seine Falle getabt. Yeah. Oh mein Gott. Ich bin ja nicht mal vollständig geheilt. Ich mach erstmal Guard. Ja, das ist geil. Ähm. Dann heil ich mich erstmal einmal. Äh. Okay. Ach, verflixt. Das ist so wichtig, dass man das hinbekommt. Ah, verflixt. Oh, oh. Er sammelt Stärke. Oh. What? Oh Mann. Das ist krass. Aber ich mach erstmal nochmal. Oh Mann. Ich bin zu nervös. Konzentrier dich. Ich nehme einmal Joy. Ich finde, das sollte auch die Statusveränderung wegmachen. Ah, sehr schön. Oh. Ach, jetzt hab ich schon wieder weird. Was hat er jetzt? Nichts Schlimmes. Okay, wenn man das natürlich immer hinbekommt, ist es ganz cool. Momentan macht er auch die ganze Zeit... Oh, verflixt. Was? Oh nein, was ist das denn jetzt? Er ist im Dunkeln. Was hat das zu bedeuten? Hab ich noch ein Horse? Ach nee, Horse Jerky hab ich nur. Ich guarde mal. Ich trau dem Ganzen nicht so ganz. Okay. Nein, er kann sich heilen. Das ist gemein. Nein, ich hab's verpasst. Oh no. Nein, 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 nein. Ähm, 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 ähm. Ich nehme erstmal das. Okay, wir sind leider nicht mehr Joy. Das war natürlich super geil. Ach, verflixt. Und weird. Ach, Mann. Ich muss das hinbekommen. Bitte. Oh, ich hab's einfach mal gänzlich verpasst eben. Oh, verflixt. Ich hab zu schnell gedrückt. Okay, Joy. Joy, sind wir jetzt auch noch. Er kriegt das aber auch fast immer hin. Ey, wieso... Reagiert die Tastatur nicht. Genau, das ist nur die Schuld der Tastatur. Oh, jetzt. Nein, der soll das nicht machen. Das ist eine Unverschämtheit. Was fällt dem ein? Oh, Mann. Okay, es ist ja zum Glück nicht so mega viel. Oh. Ha. Das hat wohl nicht geklappt. Ich guarde mal. Yay, wir sind ausgewichen. Oh, ich drehe am Rad. Oh, ich drehe am Rad. Ich krieg's grad nicht mehr hin. Das tut mir echt leid. So, wir fühlen uns nicht mehr weird. Und wir sind wieder weird. Oh, Mann. Okay, sammel doch deine Kraft. Ich mach lieber Guard. Oh, schade. Ich bin nicht mehr Joyed. Oh, ja. Ja, heil dich halt. Wird dich letztlich auch nicht retten. Oh, oh. Ach, verflixt. Ich hab schon wieder nichts. Hm? Okay. Okay, jetzt ist er wieder da. Ich guarde mal. Uh, er schickt uns in die Hölle. Boah, trotz Guarden. Guarding. Okay, ich muss noch mal eins nehmen. Ich hab keine andere Wahl. Aber wir fühlen uns doch schon weird. Ja. Das zieht richtig geil viel ab, ey. Ach, das war nicht so super. Ich glaub, wir müssen mal wieder guarden, damit wir ein bisschen TP sammeln. Und dann benutzen wir nochmal... Boah, der hält aber was aus, ne? Ähm, verdammt. Okay. Ah, erstmal wieder Guard. Ich greife momentan gar nicht richtig an. Er starrt mich auch immer nur an. Was soll denn das? Ach, schade. Das ist übel. Machen wir mal das. Ja, es hat ausgereicht. Juhu. Aber wir haben auch viel dem Joy zu verdanken. Muss ich schon zugeben. Oh, wir haben nichts dafür bekommen. Vielen Dank. Oh, also fehlt jetzt nur noch Cindy Gallows. Okay. Dann speich ich mal da drüber. Mal gucken, ob wir... War der vorher schon da? Das ist ja Brad. Aber das stellt sie sich bestimmt nur vor, weil Brad ist doch verwandelt. Du bist fast frei. Kill, 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 kill. Steht jetzt überall. Das ist ja krass. Und was steht da? Ach so, das hatten wir schon. Kämpfe weiter. Boah, schaut euch das an. Das ist glücklich. Immer mehr, immer mehr Leichen, ey. So, zum Abschluss der Folge versuche ich einmal zu übernachten. Mal gucken, ob es gut geht. Wäre natürlich schön, aber naja, wenn es nicht geht, dann ist das halt so. Ah, nee. Ganz übel gepäusen. Nee. Nee, das nehmen wir nicht in Kauf. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Lisa und dann besorgen wir uns beziehungsweise schnappen wir uns den letzten von der Liste. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.